Polizei und Rettungskräfte begutachten die Unfallstelle auf der Bahnstrecke zwischen Buchholz und Soldau in Holm-Seppensen. Buchholz, was für eine Tragödie, ein 89-jähriger Mann ist am Donnerstag Nachmittag bei einem tragischen Unfall auf der Bahnstrecke zwischen Buchholz und Soldau in Holm-Seppensen ums Leben gekommen. Er wurde von einer Erics-Bahn erfasst, als er die Gleise auf einem sogenannten wilden Überweg überquerte. Und alles nur, weil sich sein Hund von der Leine gerissen hatte. Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Harburg und der Bundespolizeiinspektion Bremen ereignete sich der Unfall gegen 1520 Uhr. Der kleine Hund des Mannes soll sich plötzlich losgerissen haben und über die Bahnstrecke gelaufen sein. Als der Mann seinem Hund nachlief, hatte er offenbar die nahende Bahn nicht bemerkt. Trotz Notbremsung erfasste der Zug ihn bei einer Geschwindigkeit von etwa 70 Kilometern pro Stunde und schleuderte ihn von der Strecke. Die Erics-Bahn 83.725 war mit ungefähr 50 Fahrgästen auf der Fahrt von Buchholz nach Soldau und kam nach etwa 300 Metern zum Stehen. Der Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock und musste abgelöst werden. Passagiere wurden nicht verletzt. Auch die 95-jährige Ehefrau des Mannes, die an einem Supermarkt in der Nähe auf ihren Mann gewartet hatte, erlitt einen Schock. Sie wurde durch einen Notfallseelsorger betreut. Nach der Ablösung des Triebfahrzeugführers setzte die Bahn ihre Fahrt gegen 1650 Uhr fort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017